So, eins ist da noch, ne? Eins ist noch, ja. Ähm, das Labyrinth. Oh, wei. Wie ging das denn nochmal? Wir schaffen das schon. Ich erinnere mich überhaupt nicht. Auf jeden Fall gibt's da Punkte. Und dann kannst du nach links oder rechts. Woher weiß ich, wohin ich muss? Äh, das ist ein Labyrinth. Woher weiß man in einem Labyrinth? Blablablablablablablablablablablablablab. Das ist ja das Schöne an einem Labyrinth. Ich weiß auch nicht, wo du hin musst. Blablablaz. Blablablablaz. Oder gibt's ne Karte? Ne. Äh. Dann würde das ja als, äh… Als, äh, irgendwo angezeigt werden. Äh. Plablblaz 6 ist immer gut noch ein stück weiter er sagt nur ihm tun alle knochen weh keine sorge alles dann geht es jetzt aber runter hier er hat er nicht gemacht Sollen wir weitermachen? Nein! Das war aber fies. Ja. Ein Leben haben wir noch? Ein Leben haben wir noch? Ich dachte, du wärst jetzt dreimal K.O. gegangen schon. Na dann. Kling, kling, kling. Wir können ja eh mal nur nach 4 gehen, also nach links. Ja. Ja, vielleicht musst du dann auf die Schienen. Oh! Woher hätte ich das denn wissen sollen? Ja. Nein. Wir holen alle Knochen weg. Nein. Kaboom. Kaboom. Numel, numel. Boah, aber erster mit 2700 Punkten und erster hättest du sogar werden können, indem du einfach nur zwei Goldstücke einsammelst. Oh! Oh! Oh, schade. Himmel und Zwirn ist das heiß! Sollen wir weitermachen? Dann bin ich jetzt mal gespannt. Bleibst du jetzt auf der... Ja, auf der Seite bleibst du. Okay. Anders wär's fies gewesen, wenn du rechts wieder reingekommen wärst. Stimmt. Wenn man nur wüsste, in welche Richtung das, äh, man eigentlich in dem Labyrinth generell gehen. Ah! Ach so! Aha! Da ist der Ausgang gewesen. Was hast du denn grad gedrückt, damit das kam? Die Null. Aha! Gut zu wissen. Jetzt hab ich's mir nicht gemerkt. Na, vielleicht solltest du nochmal die Null drücken. Ja, geradeaus, wa? Oder so. Auf richtig gut Glück. Äh, jetzt sieht's ja aus nach links. Huch! Was ist jetzt passiert? Zu lange auf die Karte geguckt, keine Ahnung. Wirklich? Ich weiß es nicht. Du willst echt noch geradeaus? Du legst es drauf an. Oh! Okay, aber jetzt hab ich das Prinzip zumindest verstanden. Ja. Auf den Schienen besser nicht zu lange auf die Karte schauen. Ja. Ein Leben haben wir noch! Hup! Aha, okay. Also du musst auf jeden Fall über die Schienen irgendwie mal. Mhm. Jetzt müsste ja eigentlich ein... Ist der schon vorbei gewesen, der Zug? Äh, der... Die Drei-Sine. Oh, warte mal! Jetzt musst du... Jetzt verstehe ich, ja. Jetzt verstehe ich. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir es noch schaffen. Ja, mal gucken. Könnte knapp werden, aber könnte auch klappen. Ja. Ja, jetzt dann gleich. Und dann rechts, ne? Ja. Und dann die nächste wieder rechts. Und dann gleich die nächste wieder rechts in der Hoffnung, dass jetzt nicht eine... Dresine ankommt. Ja. Dann und dann. Oh nein! Oh! Schade, aber... Okay, jetzt haben wir es aber verstanden. Möchtest du es versuchen? Das wäre ja zu einfach. Ich glaube, du... Wenn du das schon machst, dann... Möchtest du es V? Daraus könnte man noch viel mehr machen. Aus dem V könnte man ein VON machen. Lass mal gucken. Ist das immer das gleiche Labyrinth? Äh... Ja, anscheinend. Hallo? Jemand zu Hause? Wieso... So... Brumm, bumm, bumm... Gibt es was falsch machen? Gibt es was falsch machen? Gibt es was falsch? Gibt es was falsch? Naja... Du kannst es noch schaffen. Links! Wieder links. Und dann geradeaus. Dann schauen wir gleich mal. Okay. Ja... Dann gehen wir rechts. Rechts? gleich wieder links hoffentlich kommt er dir nicht entgegen der hinter mir ja war hinter mir oh ja nichts allerdings jetzt habe ich den faden verloren nicht schon links wieder rechts ja wieso geht das jetzt nicht mehr links in der hoffnung du hast du schon wieder knapp dem tun alle knochen weh ja gut jetzt auf die karte gucken wir ein bisschen schwierig bei der nächsten gelegenheit auf jeden fall mal recht scheiße können wir nicht so können wir nicht karte also war die falsche richtung gerade eben nein nein es geht halt nur so rum ach du schande okay aber das ist ja jetzt so und dann gleich wieder links na ja oh oh wie spannend oh nein na 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 hier keine bösen wörter du so ich schaue es mir noch mal an links rechts rechts links noch ja wie soll man damit rechnen außer mit der karte trotzdem ist das schwer einzuschätzen sonst kommt gleich der nächste weißt du noch wie es weiter ging rechts links links rechts ja und dann rechts ja da kommt jetzt wieder das links ja schauen wir noch auf die karte aber wir müssten eigentlich schon richtig ja kurz vor jetzt schauen wir das so wird das doch da geht es weiter heiße das kann man auch irgendwie schneller auf einmal ja das hat satz plötzlich gemacht ja ja los weiter nicht das das wird doch noch was ok es geht auf einmal dann ganz schnell das ist ja komisch mit dem timing das schaffst du letztes leben der sprung von gerade noch oh ja ja so funktioniert das ja hat er gemacht das timing rausgehabt dachte ich ach nein das spiel ist aus jetzt ist mein ehrgeiz ich will das schaffen ja ich finde das ich finde das sehr schön übrigens ich kann nicht die ganze zeit sabotieren aber fällt mir gerade auf ach du bist das nein ich könnte dir sogar helfen ich umgehe jetzt gerade einfach mal eine der schienen wieso habe ich mir das nicht gleich gemacht ja das habe ich mich auch die ganze zeit gefragt so links glaube ich links und so fort vielleicht sogar zwei gerade aus ja ja genau also erst wenn ich wieder rechts kann biege ich ab ja genau jetzt hier noch nicht und rechts ab jetzt muss ich kurz überlegen ja rechts lang rechts und dann sofort links und dann ja es wird kling kling schon mal geschafft jetzt kann ja hier nichts mehr passieren ich dachte das wäre so ein jeweils neu generiertes labyrinth anscheinend ja nicht das ist immer das gleiche die gute alte grafiktechnik von damals wo man ein bild einfach größer gemacht hat damit es näher kam oh zu früh oh wer hätte das mal gedacht du schaffst das das war wieder zu spät das ist so spezifisch ich habe mir eigentlich gemerkt die dritte platte bevor es loch ist muss ich springen aber die die tauchen manchmal schneller und manchmal langsamer auf habe ich den eindruck wo war das denn zu spät wo war das denn zu spät das kann doch nicht sein ein leben ist noch ja 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 das war zu bald das habe ich selber gesehen scheiße ich würde so gerne helfen aber nein ich darf das nicht die unfassbar das sind eigentlich die verschiedenen spielmodi weißt du das ja schön wärs eigentlich mit dem hexanerkampf am ende wo du dir die felder merken musst die sie mit mit glitzen warte machst du was ne also schon aber es tut sich nichts das ist ja komisch jetzt ah ich dachte jetzt nicht dass ich spielen sollte kling kling es klingelt die kasse am laufenden bach kling klang kling klang kling klang kling klang ja 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 auch schade naja es ist eine linge ist ich verstehe das nicht wie er sagt mir tun alle knochen weh aber grinst danach. So sind sie, die Trolle. Ja die sind halt hart. Ja. Wird der Troll heute wieder hart? Jetzt. Ja. Oh, das kam aber auch jetzt wieder voll voll schnell angerast. Es ist so unterschiedlich, das ist das, was es so schwierig macht, das zu timen. Und ja. Ja. Oh, ganz knapp. Also ich glaube, das war knapp. Gefühlt saß er eigentlich schon drauf und wollte weiterlaufen, dann hat er rückwärts reingefallen. So hat es sich angefühlt. Jippie! 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 Oh Gott. Mann bist du gut. Oh Gott. Oh. Das. Äh. Du sag was. Äh. Zonk. Äh. Drei. Boah. War das jetzt gut? Anscheinend. Tor drei war richtig. Jippie. BGM. Perd Quitter